Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 3879 Kilometer Südost, 3198 Jahre zurück. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge der Wissensreisenden. Und wir sitzen hier schon zu zweit im Cockpit von unserem Raumzeitschiff in den Startlöchern, um mal wieder eine neue Geschichte zum Westen zu geben. Wir, die zwei Wissensreisenden, das sind Chris. Hallo, guten Tag, guten Abend, guten Nachmittag. Und ich bin der Jan. Und ihr wisst schon, ich habe Chris als erstes vorgestellt. Und immer der, der als erstes vorgestellt wird, der muss eine Geschichte erzählen. Habe ich mir gerade ausgedacht, dass das ab jetzt Tradition ist. Dementsprechend werfe ich jetzt den Spielball so galant über den Tisch und sage, Chris, was hast du heute Schönes mitgebracht? Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht. Ich weiß, es war kaum vorherzusehen, aber ich habe es trotzdem einfach mal gemacht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du Eier mitbringst. Nein, aber es wird heute auch um Lebensmittel gehen. Ah, lecker. Wie immer traditionell zu diesem Zeitpunkt ergibt es Sinn, aus dem Fenster zu schauen, um zu gucken, wo wir eigentlich sind. Und wir sind jetzt gerade nahe des Berges Megiddo auf dem Gebiet des heutigen Israels. Okay. Der Zeitpunkt ist nicht ganz so genau zu bestimmen. Ich muss kurz mal sagen, das ist ja ein neuer Länderpunkt wieder. Ja, richtig. Sehr cool. Richtig. Jetzt erst mal Israel. Also wie gesagt, der Zeit ist so ein Ding. Denn wir befinden uns irgendwo zwischen 1500 und 1100 vor Christus. Deswegen habe ich einfach mal die Mitte genommen und gesagt 1300. So Pi mal Daumen. Ja, ganz genau. Sehr gut. In Zeitaltern gesprochen, befinden wir uns in der mittleren Bronzezeit bis zur frühen Eisenzeit. Zu dieser Zeit war Megiddo nicht nur eine Siedlung nahe des gleichnamigen Berges, sondern sogar ein kleiner Stadtstaat. Und auch in der Bibel kommt dieser Stadtstaat vor, dort unter dem Namen Armageddon. Armageddon ist abgeleitet von Hamageddo, was wiederum hebräisch ist und für Berg von Megiddo steht. Und hier werden wir heute Zeuge von etwas. Die Weltuntergang. Nein, absolut nicht. Es ist etwas, was unsere Wissenschaft vor gar nicht so langer Zeit herausgefunden hat und was zunächst auch mal komplett banal erscheint. Wir schauen Menschen beim Essen zu. Klingt unspannend. Ich würde sagen, schauen wir nochmal genauer hin, was sie da essen. Denn unter anderem sehen wir Kurkuma, Sojabohnen und Bananen. Warum ist das bemerkenswert? Nun ja, alle drei Lebensmittel wachsen in diesem Gebiet der Welt überhaupt nicht. Und sie konnten zu dieser Zeit auch nur von sehr weit her importiert werden. Denn alle Gebiete, in denen damals diese Pflanzen wuchsen, liegen in Süd- oder Ostasien und nicht in der Mittelmeerregion. Okay. Dass der Nachweis jetzt erst möglich war, ist der Tatsache geschuldet, dass man ein neues Material in die Forschung aufgenommen hat, das bisher schlicht und ergreifend als Abfall galt. Und damit meine ich nicht Abfall, denn das haben wir ja festgestellt, gerade in der ganzen Rom-Forschung, dass Abfall ganz, ganz viel Informationen bringt. Es ist etwas, das wirklich bei der Forschung weggeschmissen wurde. Dieses ominöse Material ist Plack, also schlicht und ergreifend Zahnstein. Dieser wurde bisher bei der Untersuchung von Knochenfunden direkt abgekratzt und entsorgt. Und erst vor wenigen Jahren begann man auch Zahnstein zu untersuchen. Und dabei stellte sich heraus, dass Zahnstein eine durchaus umfangreiche Informationsquelle ist, aus der man von der DNA bis hin zu Bakterien und Proteinen alles lesen kann. Oh, wow. Nun ja, zumindest, wenn man ausgebildeter Spezialist ist und die entsprechenden Mittel zur Verfügung hat. Oh, wow, cool. Also das ist eine sehr, sehr interessante neue Forschung. Aber wir waren ja auch gerade bei Bananen. Magst du eigentlich Bananen? Ja, total gerne. Ja? Woher kommt denn eigentlich die Banane? Kann man da überhaupt auch schon frühe Spuren der gelben Köstlichkeiten finden? Ja, kann man durchaus. Die Bananen, wie wir sie heute verspeisen können, kann man zurückverfolgen bis nach Neuginea. Und dort kreuzten steinzeitliche Bauern vor rund 6500 Jahren erstmals Urformen zu essbaren Bananen, berichtet Xavier Perrier von der Uni Montpellier. Sein Team hatte fossile Reste von Bananen genetisch untersucht und die Ausbreitung der Begriffe für Bananenvarietäten linguistisch verfolgt. Es ist schon spannend, was man heute so alle machen kann, um zu Forschungsergebnissen zu kommen. Wow. Bananen vor 6000 Jahren. Ja. Forschen ist halt immer spannend und manchmal nimmt man einfach Mittel zur Hand, die einem nicht direkt ins Auge oder in diesem Fall ins Ohr fallen würden. Es ist aber wirklich an der Zeit, das heutige Thema endgültig zu enthüllen. Es ist die Musa X Paradisiaca oder zu deutsch die Dessertbanane. Diese Frucht gehört im weltweiten Durchschnitt, wie auch im deutschsprachigen Raum, zu den am meisten verzehrten Früchten. Grund genug also, sich einmal dieses kleine Wunderwerk der Natur näher anzuschauen. Ah, schön. Ich finde Bananen gut. Ich mag Bananen auch durchaus gerne. Ja, und auch die Mischung aus Kirsch und Bananensaft ist ganz hervorragend. Dann kann man Bananen so viel Wunderbares machen. Ich bin mir sicher, dass ich heute dein und euer Wissen über die Banane ein wenig vergrößern kann, denn es gibt echt einige spannende Informationen und Wissenswertes, die man so definitiv nicht auf dem Schirm hat. Ja, cool. Fangen wir einmal mit der Ausbreitung der Frucht auf der Welt an. Wir haben ja schon Neuginea und Südostasien generell gehört. Und von hier aus ging es mit den austronesischen Einwanderern nach Madagaskar. Austronesische Einwanderer waren Menschen, die Madagaskar vom heutigen Indonesien aus besiedelten. Von dort aus ging die Reise weiter nach Afrika, denn das ist ja nur noch ein Katzensprung, wenn du schon da unten in Madagaskar bist. Auf die andere Seite des afrikanischen Kontinents kommt die Banane dann rund um 1400, als die Spanier damit begannen, sie auf den Kanarischen Inseln anzubauen. Aha. Genau von diesen Plantagen aus nahmen die Seefahrer die dann auch mit in die neue Welt. 1502 gründeten portugiesische Siedler die ersten Plantagen in der Karibik und in Mittelamerika. Und von hier aus ging es für die Bananen gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die USA. Nach Deutschland importierte 1895 der Hamburger Kolonialwarenhändler Richard Lehmann als einer der Ersten von Madera und von den Kanarischen Inseln zum Verkauf bestimmte Bananen. Das waren damals die ersten 40 Tonnen Dessertbananen, die aus Deutschland gekommen sind. Okay. Europa und Deutschland mussten dann aber noch bis in die 1920er warten, bis Bananen auch in größeren Mengen auf den Markt kamen. Grund dafür waren die langen Transportwege der Früchte. Und so kamen die ersten Bananen für Europa hauptsächlich ebenfalls von den Kanarischen Inseln und Madeira. Das ist so ziemlich das Dichteste, wo damals die Bananen wuchsen. Den Transport in ferne Länder beginnen die Früchte nach wie vor im unreifen, grünen Zustand. Das ist aber nicht, wie viele vermuten, so, weil die Bananen zu empfindlich sind, wenn sie reif sind, sondern der Grund ist vielmehr darin zu sehen, dass Bananen klimakterische Früchte sind. Und das bedeutet, dass sie nach der Ernte nachreifen. Lässt man eine Dessertbanane an der Staude reifen, verläuft ihre Reifung komplett anders. Sie platzt dann nämlich irgendwann auf und vor allen Dingen wird sie niemals süß, sondern bleibt mehlig und schmeckt ähnlich wie eine Süßkartoffel. Okay, das wusste ich auch nicht. Wow. Ja, auf jeden Fall sofort was über Bananen. Ja, ja, und das geht auch noch definitiv weiter, bin ich mir ganz sicher. Auch in den Anbauländern der Bananen werden die Bananenbüschel traditionell von den einheimischen Grün geerntet und dann an einem schattigen Ort gebracht, wo sie dort allmählich ausreifen. Also du hast grundsätzlich immer die grüne Ernte der Bananen, egal ob du sie vor Ort verspeisen möchtest oder halt weit, weit weg bringen möchtest. In der Reifung selbst gibt es einen biochemischen Vorgang, bei dem Stärke in Zucker umgewandelt wird. In grünen Bananen liegt der Stärke-Zuckeranteil oder das Verhältnis davon 20 zu 1, 20 Stärke zu 1 Zucker. Am Ende der Reifung ist es 1 zu 20, 1 Stärke zu 20 Zucker. Je gelber die Schale, umso größer ist der Zuckeranteil und umso mehr schmeckt die Frucht nach Banane. Dieser Prozess findet bei uns in der Regel in Bananenreifereien statt. Der Grund ist ganz einfach, denn heute werden die Bananen auf Kühlschiffen transportiert und bei einer Temperatur unter 13,2 Grad Celsius wird die natürliche Reifung gänzlich unterbrochen. Okay. Das heißt, bei anderen Früchten wäre das quasi der gefrorene Zustand. Hier ist es so, 13,2 Grad ist die Schwelle, wo du drunter bleiben musst, dann reift da gar nichts. Ja, und so kannst du halt die Bananen im Endeffekt unbeschränkt weit transportieren und kannst sie eben auch auf langsamen Schiffen transportieren. Du musst sie nur bei der Temperatur halten. Und in den Reifereien werden die Bananen dann gezielt ausgereift. Und das erfolgt in Reifekammern bei Temperaturen zwischen 14,4 und 17,7 Grad Celsius. Und dauert dann zwischen 4 bei 14,4 und 8 bei 17,7 Grad Tagen. Das heißt, du kannst so eine Lieferung Bananen auch sehr schön staffeln fürs Ausliefern dann in die Supermärkte, weil du sie einfach bei der entsprechenden Temperatur über einen gewissen Zeitraum reifen lässt. Wow. Damit die Bananen innerhalb einer Kammer alle zur gleichen Zeit reif sind, leitet man etwas ein, das es tatsächlich kommerziell gibt, nämlich Bananenreifegas. Ja, und Bananenreifegas hat einen wirksamen Bestandteil und das ist etwa 4% Ethen. Das ist im Endeffekt Ethylen. Und im späteren Reifungsprozess dann produzieren die Früchte sogar selber Ethen. Und auch zu Hause kann man diesen Effekt nutzen, denn ein reifer Apfel verströmt so viel Ethen, dass wenn man ihnen neben grüne Bananen liegt, diese nachreifen und gelb werden. Man muss nur sehr vorsichtig sein, weil ja auch die Banane wiederum irgendwann anfängt, eigenes Ethen zu produzieren und dann geht es plötzlich ganz schnell. Davon geht es von gelb ganz schnell nach braun. Aber grundlegend, wenn ihr eine grüne Banane habt, gar kein Thema. Entweder zu Hause wirklich liegen lassen an einem möglichst dunklen Ort, dass ich sie in Ruhe ausreifen kann, oder legt einen Apfel dazwischen und könnt ihr die schon in wenigen Stunden essen. Wow. Die beste Lagerung zu Hause ist übrigens das Aufhängen der Banane an einer Art Fleischhaken. So entstehen keine Druckstellen. Und wenn einige von euch einen 3D-Drucker haben, ist das vielleicht auch eine schöne Anregung, vielleicht mal einen schicken Bananensteiner zu drohen. Sehr gute Idee. Wo wächst denn die Banane eigentlich heute? Bananen wachsen in tropischen und subtropischen Regionen, bevorzugt im sogenannten Bananengürtel um den 30. Breitengrad herum. Die größten Bananenproduzenten aktuell sind Indien, China und Indonesien. Erst nach diesen drei größten Produzenten kommen mit Brasilien und Ecuador Länder, die man eigentlich eher so im Kopf hat, wenn man an Bananenproduktion denkt. Viele Länder produzieren tatsächlich aber auch im Hauptsinn für den Eigenbedarf. Und so kommt es dann zustande, dass wir bei den drei Top-Exporteuren von Bananen ein ganz anderes Bild haben. Denn hier sind die drei größten Player Ecuador, Costa Rica und Guatemala. Aha. Also quasi Indien und China verbrauchen ihre Bananen komplett selbst. Wow. Bei den größten Bananen-Importeuren belegen wir, also Deutschland, den erstaunlichen vierten Platz in der Welt. Nach den USA, China und Russland. Okay, aber die USA, China und Russland zeichnen sich auch alle dadurch aus, dass sie deutlich mehr Einwohner haben als wir. Das ist absolut richtig. Und ich denke mal, China wäre wahrscheinlich auch ganz vorne, wenn die nicht selber auch schon der zweitgrößte Produzent von Bananen wären. Also wir können auf jeden Fall festhalten, wir Deutschen lieben Bananen. Und das drückt sich auch darin aus, dass jeder Deutsche im Schnitt fast zwölf Kilo Bananen im Jahr isst. Ich versuche gerade nachzurechnen, ob ich damit auskomme, aber ich bin glaube ich dann eher einer von denjenigen, die den Schnitt hochziehen. Ja gut, das hast du ja immer. Also es gibt definitiv auch genug Leute, die keine Banane mögen oder einfach wenig Obst essen. Apropos Deutsche und Bananen. Wir haben ja schon einige Begriffe für die Banane gehabt hier in diesem Land, die heute kaum noch jemand kennt. Darunter gibt es so schöne Wortschöpfungen wie Paradiesfeige. Oder mein ganz klarer Favorit, der Schlauchapfel. Die ursprüngliche Herkunft der Bezeichnung Banane ist nicht genau bekannt, wird aber in Westafrika vermutet. Über das portugiesische Bananas, eine Zahl, später Banana, breitete sich das Ganze im heutigen Europa aus. Und die heutige Form für Deutsch für Banane ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts etwa nachgewiesen. Okay. Der Schlauchapfel war als Bezeichnung in Deutschland aber gar nicht mal so schlecht, denn er transportierte, wie praktisch diese Frucht war. Sie war lecker und einfach zu essen wie ein Apfel und sie kam in einer perfekten Schlauchverpackung. Diese musste man dann tatsächlich den Menschen allerdings doch erklären. Und so war am Anfang der Banane als kommerzielles Produkt in Deutschland im Grunde der Hauptteil der Werbung die Betriebsanleitung dafür, wie man eine Banane schält. Sehr schön. Und ich meine nicht erst die Tatsache der wundervollen Titanic-Ausgabe mit der sogenannten Zonengabi, die in ihrem Jogginganzug vorne auf der Titanic-Ausgabe stand, mit einem Sparschäler in der Hand und einer geschälten Gurke. Sondern ich meine wirklich halt so in den 20er, 30er Jahren in Deutschland, als einfach noch nie jemand eine Banane gesehen hatte und einfach auch keiner eine Ahnung hatte, wie man diese Frucht jetzt aufmacht. Denn es ist ja nicht so naheliegend, wenn du noch nie zuvor eine gesehen hast, dass du die irgendwie so pellen kannst. Du würdest auf jeden Fall mit einem Messer anfangen. Aber schauen wir mal ein bisschen jetzt von der Frucht hin zur Pflanze. Die Bananenpflanze ist eine Staude, kein Baum. Und auch wenn bestimmte Sorten locker fünf Meter hoch werden können, ist sie trotzdem eine Krautpflanze. Und diese Staude wächst bis zu zwei Jahren, bis sie zum ersten und auch zum einzigen Mal Früchte trägt. Okay. Sie braucht große Mengen an Wasser, ist aber sonst recht vielseitig, was den Lebensraum angeht. Ein Anbau im Wald unter schattigen oder halbschattigen Bedingungen ist genauso möglich wie ein Anbau unter direkter Sonneneinstrahlung. Und auch heute noch in vielen Bananenanbaugebieten werden sie nicht einzeln wirklich jetzt so bewusst kultiviert, wie man sich das vorstellt. Etwa selbst wenn du eine Monokultur hast, sind die recht wild gestreut. Die brauchst du nicht unbedingt in glatten Reihen pflanzen, wie wir das hier so kennen aus unserer Landwirtschaft. Nach bereits 20 Wochen bildet sich bei der heutigen Dessertbanane an der bis zu fünf Meter hohen Bananenpflanze eine rote Blüte, woraus dann die Bananen wachsen. Einzelne Bananen heißen Finger, zehn bis zwanzig bilden eine Hand. Der ganze Fruchtstand oder Büschel umfasst mehrere Hände und ist etwa 35 bis 50 Kilogramm schwer. Ein Schlauch aus dünnem Plastik schützt die Bananen vor Wetter und Insekten. Und dieser Insektenschutz ist tatsächlich wichtig, weil man kennt, dass wir in Bananen so kleine braune Punkte haben. Das sind tatsächlich Einstiche von Insekten in die Bananenschale. Die legen dort nichts rein, sondern die saugen dort Feuchtigkeit ab. Das heißt, es ist kein Problem, diese Bananen zu essen. Es geht nie runter bis ins Fruchtfleisch, sondern lediglich hat ein Insekt aus der Schale etwas Flüssigkeit gesaugt. Die Bananenfruchtstände werden geerntet, sobald die grünen Bananen mindestens 24 Millimeter dick sind. Und das ist ungefähr zwölf Wochen nach der Blüte. Die Pflanzen bilden in ihren Früchten dicke, schwarze Samen. Moment. Ich denke auch gerade. Bananenkerne? Hast du schon mal einen Bananenkern in deiner Banane gefunden? Ja, ich mache ja auch immer mit bei der Weltmeisterschaft im Bananenkern weit spucken. Also wenn nicht, wie du gerade schon sagtest, wird es wahrscheinlich dir genauso ergehen wie den allermeisten. Denn wir kennen Bananen als relativ homogene Masse, wo dann innen drin mal so kleine schwarze Punkte zu sehen sind, die du beim Essen aber überhaupt nicht wahrnimmst. Ja, und das ist tatsächlich das, was früher mal dicke, schwarze Steine waren. Denn eigentlich hat eine Banane mehr Steine als Fruchtfleisch innen drin. Okay. Und ist echt schwierig zu essen und eigentlich gar keine so coole Frucht wie heute. Und das bringt mich zu einer weiteren Frage, die ich dir heute gerne stellen möchte. Wie viele Sorten Dessertbananen hast du in deinem Leben gegessen beziehungsweise gesehen? Gesehen? Ja. Etwas über 300. Sortenbananen. Ja, und ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Das liegt nämlich daran, dass ich in meinem Urlaub in Thailand in einem botanischen Garten war, wobei das halt eher ein botanischer Riesenpark war, wo teilweise die Leute auch mit dem Auto durchgefahren sind, weil das zu Fuß alles überhaupt nicht zu schaffen war. Und dort gab es den sogenannten Bananenpfad, wo sie einfach nur gesagt haben, geh diesen Pfad entlang und wir haben hier keine Ahnung. Ich glaube, es waren 300, 400 verschiedene Sorten Bananen. Ja, Bananen, aber keine Dessertbananen. Okay. Ja, es gibt noch einen großen Unterschied in diesem ganzen Bananenfeld. Also du wirst dort etliche noch gesehen haben. Ja. Ist aber gleich erstmal soweit nicht wichtig. Aber das Ding ist, es gibt wirklich noch einen großen Unterschied zwischen der Kochbanane, die in vielen, vielen, vielen Bereichen, gerade auch in Afrika, halt ein Grundnahrungsmittel ist. Ja, und eben in vielen Ländern wirklich. Und dort hast du ja das Ding, was wir vorhin schon mal hatten, die hat halt mehr Stärke. Das geht dann eher in Richtung Süßkartoffel. Das ist sehr nahrhaft, weil es sehr viel Stärke enthält. Das ist total ballaststoffreich. Aber es ist eben grundlegend anders von der Handhabung als unsere Dessertbanane. Die hat einfach bestimmte Eigenschaften. Dann würde ich jetzt, um die Frage nochmal zu beantworten, dadurch, dass ich ja auch in Südamerika war und du ja da auch dann andere Dessertbananen teilweise hast, würde ich dann mal sagen, dann tippe ich mal zwischen 5 und 10 in meinem Leben. Und damit bist du schon sehr, sehr, sehr weit vorne. Denn wir haben alle Bananen im Supermarkt gesehen. Und irgendwie sehen die auch irgendwie unglaublich gleich aus, unglaublich ähnlich aus immer wieder, egal wo du sie kaufst in Deutschland im Supermarkt. und wenn man so ein bisschen vor den Bananen steht, stellst du fest, dass du in der Regel zwei Sorten hast, nämlich Bio und nicht Bio. Und wenn du eine dritte hast, sind das so kleine Bananen. Und dann guckst du ein Stückchen weiter rechts oder links und stellst fest, dass da ein Dutzend Apfelsorten liegen. Und das macht eigentlich stutzig. Denn eigentlich von jedem Obst, das wir so haben, gibt es viele Sorten. Abgesehen von Beeren. Aber selbst da gibt es dann kleine Blaubeeren, große Blaubeeren, die wieder, wenn du drauf guckst, ein verschiedener Fruchtstand sind, also verschiedene Fruchtart ist. Aber bei Bananen ist das so die Frage von, warum ist das so und wie kommt das zustande? Und jetzt ist es an der Zeit, jemanden kennenzulernen, der für die Banane, wie wir sie heute kennen, absolut unverzichtbar ist. Okay. Das ist nämlich William George Spencer Cavendish, der sechste Duke of Devonshire. Und dieser adelige Brite bringt mich so ein bisschen zu der letzten Folge. Da hatten wir auch einen adeligen Briten, den Marques of Anglesey. Und da hattest du ja auch schon gesagt, dass der interessanterweise nicht in England geboren wurde, sondern in Paris. Und das ist bei William George Spencer Cavendish genauso. Der wird in Paris geboren. Und auch ganz interessant, weil der auch aus extravaganten Verhältnissen im Grunde stammt, weil das damals so eine Dreiecksbeziehung war, aus der er herauskam, aus einer sogenannten Menage à Trois, sagte man damals in Frankreich. Und das sind etwas ungeklärte Geschichten. Aber grundlegend ist er der sechste Duke geworden. Und es war ein adeliger Brite und er lebte von 1790 bis 1858. Er war Politiker und das, was man heute als altenglischen Landedelmann bezeichnen würde. Dieses Prädikat gebührt ihm, weil er für seine Mischung aus Großzügigkeit und Freigiebigkeit bekannt war und dabei immer den einfachen Menschen verbunden war. Also im Grunde das genaue Gegenteil von unserem Marques. Ich meine, der hat ja auch zwar was für die kleinen Männer getan, aber er war schon weit entfernt davon. Dieser war immer sehr nah an den Menschen. Und es ist ja auch das Ding, als Lord bist du ja auch Teil der Politik. Also solltest du auch für deinen Landkreis da sein. Und das hat er schon sehr, sehr gut wahrgenommen. Und neben seinen vielen politischen Tätigkeiten hatte er aber als Mann von Welt auch noch andere Interessen. Und das waren die Architektur und die Gartenkunst. Und von der Royal Horticultural Society warb er 1826 Joseph Paxton ab, der erst in seinen frühen 20er Lebensjahren stand und ernannte ihn zum Chefgärtner. Und mit ihm zusammen entwarf und baute er in Chatsworth das 84 mal 20 Meter große Great Conservatory. Das ist also das große Konservatorium. Und das war ein lang gestrecktes Glashaus. Das sollte später mal Vorbild werden zu dem, was in London im Hyde Park als Crystal Palace gebaut wurde. Und man sich überlegt, das ist ein 84 mal 20 Meter großes Glashaus. Das ist wirklich ein mächtiges Bauwerk. Und das ist halt in den späten 1820ern. Monströses Gewächshaus. Auf jeden Fall. Und zu Williams Interesse an der Gartenkunst gehörten auch Zuchterfolge in seinem Gewächshaus. Und wie es sich unter Wohlhabenden schickt, Wissen voranzutreiben und neues Wissen zu erfinden oder zu finden. Und es war wiederum sein Botaniker Paxton, dem es dann gelang, eine William geschenkte Bananenpflanze zu kultivieren und sogar zu vermehren. Bis dahin hat es im Vereinigten Königreich noch keine Zuchtversuche mit Bananen gegeben. Doch Paxton beschäftigte sich eingehend mit der Pflanze und gab ihr später den Namen Musa Cavendishii. 1836 sandte Paxton eine Bananenstaude aus dem Gewächshaus von Chatsworth zur Horticultural Society Show, die dort eine Sensation auslöste und Paxton die Night in Silver Metal bescherte. Einige Jahre später verschickte William zwei seiner Pflanzen an einen Missionar in Samoa, von denen nur eine der beiden Pflanzen die Reise überlebte. Und auch der Missionar überlebte dieses Abenteuer nicht. Ist aber egal warum. Diese Bananenpflanze jedoch war der Grundstock einer umfangreichen Bananenplantage in diesem Land. Das war möglich, da Bananen über die vegetative Vermehrung kultiviert werden können. Das heißt, sie werden faktisch geklont. In den Archivalien von Chatsworth sind Dokumente erhalten, die belegen, dass wahrscheinlich 1853 weitere Musa Cavendishii in den pazifischen Raum gelangen. Für 1855 ist eine Lieferung an die Kanarischen Inseln nachgewiesen. Untersuchungen zeigten, dass alle anderen Bananen genomisch so weit von Musa Cavendishii entfernt sind, dass diese als eigene Sorte bezeichnet werden muss. Okay. Inzwischen hat sich diese Züchtung mit vergleichsweise geringer Krankheitsanfälligkeit und relativ dünner Schale zur im Handel dominierenden Sorte entwickelt. Praktisch alle heute verkauften Bananen sind von der Sorte Musa Cavendishii oder auch ganz einfach die Cavendish-Banane. Heute stammen alle wirtschaftlich erfolgreichen Bananen von dieser einen Pflanze ab. Wow. Das ist so ein Ding, das muss man sich erstmal irgendwie so auf der Zunge zergehen lassen oder in den Kopf bekommen. Alle Bananen, die in den Supermärkten liegen, sind Klone von dieser einen Bananenpflanze, die Lord Cavendish's Botanica erfolgreich herangezogen hat und vermehrt hat. Wahnsinn. Aber das klärt immer noch nicht, warum gerade diese eine Sorte den Siegeszug der Bananen auslösen sollte. Und die Antwort darauf ist spannend, denn die Cavendish-Banane war nicht die Banane, die den Bananen ihren weltweiten Erfolg bescherte. Das ist eine ganz andere Sorte und die hieß in Deutschland Dicker Michel. Okay. Oder auch Dicker Michael. In den USA war sie der Big Mike und eigentlich hieß sie Gros Michel. Die Gros Michel stammt aus Südostasien und wurde in den 1820er Jahren von französischen Seeoffizieren nach Martinique gebracht. Dort verbreitete sich der Anbau in der Karibik, einschließlich Jamaika. Die Gros Michel ist robuster und größer als die Cavendish. Sie hat eine feste Schale und vor allen Dingen schmeckt sie noch wesentlich süßer. Aha. Warum also bekommt man die Gros Michel heute nur noch sehr schwer und wenn, dann auch nur sehr teuer in Delikatessenläden? Was denkst du? Keine Ahnung. Es ist Oxysporum, ein Pilz, der die sogenannte Panama-Krankheit bei Bananen auslöst. Und diese äußert sich in einer Verwälkung erkrankter Pflanzen, die in der Folge keine Früchte mehr bilden und im Endstadium der Krankheit einfach absterben. Gut, wenn die Pflanzen sterben, müssen wir halt neue anbauen. Aber so einfach ist es leider nicht, denn die Pflanzen werden ungeschlechtlich vermehrt, sind also Klone. Dementsprechend können sie keinerlei Resistenzen ausbilden. Der Pilz hingegen kann sich immer besser auf seinen absolut homogenen Wirt einstellen. Das führte letztendlich dazu, dass die Gros Michel fast ausgestorben ist. Krass. Als Exportprodukt wurde die Gros Michel schließlich von der Cavendish-Banane abgelöst, die für diese Panama-Krankheit nicht anfällig ist. Aufgrund der dickeren Schale erforderte die Gros Michel weniger Sorgfalt bei Ernte und Transport als die Cavendish. Daher wurde jetzt der Transport auch noch aufwendiger. Zum Glück kam die Technik aber auch weiter. Nach der großflächigen Dezimierung der Gros Michel wird diese Bananensorte heute nur noch in ganz, ganz kleinen Gebieten angebaut. Das sind zum einen der zentrale Kongo und zum anderen einige Inseln wie San Lucia, die von der Epidemie schlichtweg verschont blieben, wie der Pilz nie angekommen ist. Die Gros Michel war auch als Jamaika-Banane bekannt und ihr großer Exporterfolg führte letztendlich zur weitläufigen Verbreitung ihres Anbaus von Fidschi über Nicaragua und Hawaii bis nach Australien. Also das ist im Grunde schon mal diese ganze Bananenwirtschaft, bis sie dann halt letztendlich einfach untergegangen ist. Um 1960 waren alle Importeure der Gros Michel fast bankrott, da sie bis zur letzten Minute gewartet hatten, um diese Anbaukrise mit den nötigen finanziellen Mitteln irgendwie entgegenzutreten. Die Rettung der Branche kam, wie schon gesagt, dann durch die Cavendish-Banane, die schnell zur absolut dominierenden Sorte wurde. Dazu trugen die niedrigeren Wuchshöhen der Stauden und ihre gegenüber Stürmen höhere Beständigkeit bei. Da sie dichter stehend gepflanzt werden konnte, verdoppelten sich mit ihrem Anbau die Ernteerträge. Auch schienen sie robuster gegenüber einigen Pilzarten zu sein, die der Grand Michel als Folge des Anbaus in Großplantagen immer wieder Probleme gemacht haben. Aber auch die Cavendish ist inzwischen von Pilzerkrankungen bedroht. Das sind der TR4 und der Black Sigatoka. In Indonesien, Malaysia, Australien und anderen Teilen Südostasiens wurden bereits viele Bananenplantagen durch diesen Pilzbefall komplett vernichtet. Oh, bitte. Mit Pestiziden konnte man dieser Ausbreitung des Pilzes nicht beikommen. Du kannst nichts sprühen, das funktioniert nicht richtig. Und somit ist es eine ganz reale Gefahr, dass auch die Cavendish-Banane untergehen wird. So wie es Grand Michel bereits getan hat. Und da muss man natürlich wieder gucken, was ist die nächste Banane. Und dooferweise gibt es bisher noch keine geeigneten Kandidaten. Und das liegt auch daran, da die Pflanzen ja nur über Mutation oder über genetische Manipulation verändert werden können. Das heißt, man versucht heutzutage tatsächlich in die Gene der Cavendish-Banane oder auch in die Gene der Grand Michel Resistenzen mit einzuflegen. Das klappt aber einfach noch nicht. Da merken wir, wie weit wir von Jurassic Park entfernt sind. Wir kriegen es noch nicht mal hin, eine Banane vernünftig zu ändern. Weil du hast dann hinterher Pflanzen gehabt, die plötzlich resistent gegen die Pilze waren, aber keine Bananen mehr gebracht haben. Oder kleine Bananen, die nur aus Kernen bestanden haben. Es gibt ganz wilde Geschichten, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, da halt einen Dreh dran zu kriegen. Und somit ist die Zukunft der Banane völlig offen. Alter Schwede, jetzt weiß ich, was ich morgen nach der Arbeit mache. Erstmal eine schöne Banane ist. Erstmal Bananen kaufen, wer weiß, ob ich nächste Woche noch welche haben kann. Dazu kann ich dir auch noch sagen, was auch die wenigsten wussten, eine reife Banane kannst du geschält hervorragend einfrieren. Oh, das ist tatsächlich möglich. Vielleicht lege ich mir so einen großen Reichtum an. Ja, du konntest dir eine Truhe anschaffen und den sogenannten Cavendish Tresor einführen. Oh ja, mit Bananen. Und außerdem habe ich jetzt Hunger auf einen Bananasplit. Ja, das klingt ganz hervorragend. Aber also saukole Geschichte. Also ich meine, ich esse Bananen wirklich gerne, aber wie spannend die Geschichte der Banane ist, das habe ich nicht gewusst. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, 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 sehr cool und sehr informativ. Ich musste aber auch die ganze Zeit an eine Sache denken. Was ist gelb und kann schießen? Eine Banone? Richtig. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns dann bis nächste Woche. Wenn ihr uns gerne Feedback geben wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne in den bekannten Podcast-Apps tun. Lasst uns gerne irgendwo ein Feedback da, gerne auch über die sozialen Medien und ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin gibt es am Ende immer nur noch ein letztes Wort, nämlich Tschüss! Wissensreisende 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 Wissensreisende